Ich möchte einfach allen danken für die Unterstützung über die gesamte Saison und ich bin es einfach ein Teil mit euch und die der Punkte von der Mannschaft auf die Welt, der hat sich übergesprungen. Du hast die Haare schön, du hast die Haare schön, du hast die Haare schön. Aber ich habe mir sagen lassen, das gefällt nicht allen so mit dieser blonden Stelle. Ist Wurst, sprich weiter. Ja, wie gesagt, wie der Funke von der Mannschaft auf die Fans in dieser Saison übergesprungen ist. Einfach geil und ich möchte allen danken, die uns im zurückliegenden Saison wirklich tatkräftig unterstützt haben und so ein geiles Jahr habe ich in meiner noch jungen Fußballkarriere noch nie erlebt. Dankeschön.